oh nice ja sehr schön okay da habe ich sagen hallo und herzlich kommen hier auf unser ja auf unseren ich begrüße euch jetzt ein weiterer video richtig wir spielen vorgeist wieder zusammen mit dem lieben nebelkaktus 14 96 und wir beide haben uns echt hübsch gemacht für euch nach ein paar wochen pause und viel spaß bei dem video aber ja also anscheinend ist ja schon unser kanal das heißt ich bin ein bisschen aufgestiegen in der hierarchie anscheinend finde ich sehr gut und ja heute gibt es mal wieder folge ist schon länger her wir sind deswegen keine ahnung wie gut wir letztes mal waren gewinnen ja natürlich sind immer also außer manchmal wir gewinnen immer wenn wir nicht gewinnen also den zeitlich befristeten modus sturzballmeisterschaft ok wer möchte denn drei runden sturzbeispiel ich nicht ich würde sagen wir machen irgendwas anderes und rein da oder was das war trupps spielen dann spiele trupps ok ok los geht's was hast du gesagt fruchtsumme du hast gesagt juhu fruchtsumme ich mag das nicht natürlich das ist cool ja natürlich wenn du noch ein bisschen im kopf bis als ich dann kannst du ja auch das merken aber ist dadurch jeder als du gesagt hast was hast du gerade gesagt aber hochkommen deswegen bin noch durcheinander eine kokosnuss und zwei grünen auch gar nichts gesehen wenn ich ehrlich so das ist ja noch besser ok mal gucken ob ich zwei grüne ich glaube es war eine kokosnuss nachher waren es drei grüne zwei kokosnüsse hier schiebt doch schon jemand böser wollte ja wir haben drei und drei bananen eine drache mit drei bananen drei bananen ja hier bei mir dann haben wir die frage hat man dann treibt man an oder vier bühnen ja auch nur drei bühnen vielleicht jetzt vier bühnen ja gut bei beiden sind wir uns sicher wenn der drei kommt dann ab auf die mann habe ich mir auch nicht drei dann bleibe ich mal bei den bühnen ich bleibe ich bin raus ja ihr habt recht ich habe aber nur drei bühnen gesehen ja von meinem punkt aus auch nur drei bühnen gesehen das gibt es doch nicht okay jetzt müsst ihr das reißen hier seid noch zu glück drinnen wir haben drei bananen und mehr sehe ich überhaupt nicht irgendwie doch ja dieses zweimal da vier drachen früchte drei bananen und zwei schieben also passt gut auf hier drachen früchte level zu ende wir haben es geschafft ja da wollte ich gerade unterschiedlich so alter schwede ja 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 aber auch lange nicht nur von ihm gesehen oder gehört ist ja auch synchron sprecher ja jetzt jetzt spielen wir auf jeden fall die frenetische fabrik schön ein paar mal sagen als ich mir als mir auch so ein paar folge ist ja gesehen habe ich gefragt warum sind die runden mittlerweile so klein wie man das klein zu kurz oder es gibt ja es gibt ja früher gab es ja viel mehr spieler in einer runde ja dann dann wäre das wichtige dieses geburtstagsevent gewesen oder was das war da waren die runden mehrere glaube ich und kürzer also was schneller point wirklich blöd ich bin immer falsch schneller points gut willkommen und die runden waren komplett länger warst du locker so bei zehn minuten bis du beim sieg warst ein punkt ja nein nein also seine von uns ja komm holt ja super hier ist jetzt gerade gar nichts weil da kannst du auch schneller durch aber die runden waren auch komplett länger zwar nein oder nicht wo ich bin es natürlich wieder gar nichts sehr schön da kommt dann noch so näher ich komme ich dran ich komme ich dann noch selten los ich komme ich hoch oh ja super ich stand gerade ganz zufällig genau richtig das war nicht mal klar wir haben jetzt neun schaden auf den hat das warst du ne ja das warst du ja ich sehe da einen aber den krieg ich niemals aber ich liefer auch nicht wahnsinnig gut ab ah ja 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 unser teammate aber gerade ja sehr schön mehr als die durch die drei punkte die ungefähr der durchschnitt habe ich glaube ich auch nicht da oben sind welche gibt mir wenigstens einen davon vielleicht ich meine was haben aber ich bin da wo natürlich nicht ich mag den modus nicht drei punkte bei noch sehr schön unser team ist gut dabei und da es kann auch ein team sich qualifizieren ein punkt war noch ja ich sehe die erste stück bei mir doch da komme ich nicht hin aber ich komme nicht hoch der ich auch nicht um ganz konfizieren ich weiß nicht weil ich auch nicht unser team gut das stimmt kinderland ist ja eine sehr stillige karte meistens also oft komme ich da weit ja und mann hat komplett ab bei der karte ja dass ich direkt sterbe aber drei teams von jetzt zwei weiterkommen also ja die leben müssen müssen ja wo das nur team nicht sonst okay okay die drei von sich rausgebombt ist aber noch einer raus jetzt wird sehr schwierig naja müssen drei bis jetzt noch einmal haue ich unser team mit raus nein okay lass das du größer wolf direkt so das ist mein es wird halt sehr schwierig weil es wird halt noch mindestens zwei leute raus fliegen und selbst dann wird schnell einer weniger als zwei aktuelle das heißt vor dem sie müssten noch zwei leute raus und damit raus zwei kommen weiter dem ist der der raus geflogen das ist glaube ich von platz 1 nein 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 schiebt mich nicht du böser wolf gern er auch damit okay und die richtung aufwerfen der böse wolf hier nein geht er weg meine platzform das ist meins borna für knallererbsen achtes sauer ja wir kommen auf jeden fall nicht weiter aber ja aber von die falschen natürlich ich brauche mehr knallererbsen es ist da aus dem zwei platzierten team das problem ist jetzt da noch leute und wir sind noch zwei leute ja immer noch heil machen überhaupt noch punkte machen punkte aber ihr schafft es nicht also vom zwei platzierten team müsste noch einer raus fliegen und dann müssten wir noch die zeit um aufzuholen wir sind naja soweit kommen wie es ging ja da sind ich und ein anderer meter leider viel zu hause ich noch einer drin aber ja es wir kommen nicht mehr hin das spät ja eine einzige runde hatten wo man ins ziel laufen muss ja schade vielleicht gleich in dem zweiten versuch totale schieflage endlich eine karte bei der man mal in ein ziel laufen muss ja und jetzt hätten wir aus gleich am anfang wir kommen heute mal noch eine runde weiter hier das ist ich sehr viel weil wir sind wieder vier im team wird schon mal ja das gut weil mit dreien gewinnt man so schlecht ja dann immer ein bisschen dämlich hatte gibt also wo es punkte gibt fürs überleben ja das ist ja ausmäh an das sind klater zeug dann ist dann ist natürlich ja dein lieblingsspieler ja 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 konnte ich hinschwingen als der strommel ich folge dem auf der trommel ja ich hab schon vermutet ist da eine sehr bis gleich zweites und dann alles nicht gemacht an der stelle auf die trommel also nein ist gut aber ich bin so weit hinten ich war doch so gut dabei dann mache ich mich einmal mit den ich komme gleich im ziel wo ist unser team also die sind beide noch deutlich hinter dir das ist nicht so gut wir müssen karen ok 16 punkte ok die sind noch geht der eine von uns ist bald im ziel so der holt ungefähr zehn punkte dann müsste es noch reichen zum weiterkommen denke ich der andere könnte auch noch ins ziel kommen vielleicht wird aber knapp aber es ist immer ziele noch ok er muss ins ziel sonst klingt ja ok fünfter fünfter ja ok damit sind wir durch oh mein wort das war ja keine von uns dann ist ja alles ok ich habe einfach ich habe mehr punkte geholt als ihr drei zusammen na toll wir haben 60 punkte davon 31 durch mich war auch okay das ist cool ja hoverboard helden mal gucken ob ich das kenne fahrer karten kenne ich habe ich weiß ob ich die kenne das ist quasi die erste da gab es noch mal so eine die ein bisschen extremer ist aber die ist eigentlich total schillig ja die kann man nicht ganz ganz easy ja gut dann musst du ins ziel kommen da ist kein problem das eigentlich raus was aber nicht von uns so so ja dann dachte ich schon hier das was haben wir jetzt ist ein bisschen schwer hier wird auf uns geschossen also die eine sache mit absicht am ende zu raus zu bringen punkte und ein zukunft weiter ja weil sowas macht man sie mir nicht bestimmt sollte sie einmal der mitte hoch jetzt auch nicht zu weit hinten sein ja die mitte sich entspannt sich beim unterrutschen nicht dass die zwei länder und dann kommt gleich das oberbord warten bis das robot kommt nämlich für die anderen da gerade runterspringen jetzt kommt hier nochmal hier schwerelosigkeit ja naja ganz easy da kommen ein bisschen jumpen auch recht machbar aus eigentlich ja ja es ist eine ganz schöne strecke oder sollte man ja ich sehe es gerade unter euch ja ich kann gleich und irgendwie ich glaube schon weiter gehen aber eine lücke jetzt nur die pendeln müssen ausweichen so leicht mittelig halten dann ist das eigentlich ganz easy und ein bisschen leichter von rechts aus und jetzt kommt eigentlich schon das ziel ventilator nutzen also ich bin eigentlich irgendwo zwischendurch weil ich die ventilatoren verrafft habe so wir spielen der wirbel ja meine lieblingskarte ja hatte eben schon mal angesprochen ich weiß nicht auf jeden fall ist das meine lieblingskarte hier kannst du auch prinzipiell easy durchkommen wenn du drei dritt bist generell so karten wurde die ganze zeit quasi punkte sammeln kannst du bist man selbst auch einfach raus ist ich bin auf jeden fall vorne und einige ist gerade erster auch ein aber wir sind zu dritt gerade vorne bei unseren team wir sind auch nur noch drei können dass wir die dominanten gerade sind dass wir gerade die dominanten sind nicht gerade gut entsparen oh gott ich bin hängen alles gut weil es sind drei von uns die ganz vorne sind so geht es kann man noch zwei teams halt weiter deswegen ist das auf jeden fall gut aber ich möchte ein ventilator hinter uns ich glaube die anderen sind schon raus kann das sein weil ich hier gerade die letzte von uns dreien und hinter mir bläst das gerade ja ich glaube kann ich glaube kein anderer und auch punkte tatsächlich ja also ja kein anderes team aber ich bin gleich raus dem ventilator kommt zu nahe ich bin ein paar mal hängen gebildet echt von euch weg weil ich bin ja du bist du bist so ein viertel ungefähr um klein runtergefahren ich bin gerade auch aus das heißt unser mate ist jetzt der beste ja wir kommen weiter jetzt so nötig hätte ich doch mit eine weile laufen können eigentlich aber aber nicht gerade meine bergspitze finale und los geht's da gewinnt man manchmal da verliert man ja ich das ja auch einen tag 1 karte aber ich mag sie nicht ja den ball ausweichen damit bin ich schon mal recht weit vorne aber auch leute weit vorne die bälle ich bin gerade mit einem aus dem gegner team sehr weit vorne du bist gerade hinter mich sehe dich knapp hinter genau aber das kann sich gleich ändern bis jetzt hat mich weil auf jeden fall ordentlich auseinander genommen gerade risiko hat halbwegs funktioniert doch nicht okay also wenn ich jetzt nicht mache ich mach das hier nicht weil ich bin weit weg naja ja 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 ich habe mich daran erinnert zu glauben wir haben gewonnen nein das ist ein geiles video jetzt baby ehrlich nach der ersten runde wohl fast raus und werde ruhig zweiter geworden bin ja ja das stimmt das stimmt was wir wollen jetzt sagen meine rede kurz wenn euch das video gefallen hat das doch mal ein abo da das den daumen nach oben da von mir macht ja auch ein dislike ihr wisst wie der algorithmus tickt und funktioniert schreibt es in die kommentare bleibt immer höflich und freundlich und wir sehen uns im fall nächste woche wieder bei einem weiteren video vorgeist und wir werden dann vielleicht wieder eine krone holen was sagst du dazu wenn wir wieder eine krone wir werden sogar zwei kronen ganz zwei dann schaltet nächste woche wieder ein und lasst euch überraschen wir sind hiermit raus pisa das war doch noch gutes video das gibt es nicht aber echt gut so 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 so